Bremsen Regenschirme wirklich den Fall ab? Erstmal ohne Regenschirm. Aua! 93 Millisekunden. Jetzt mit einem Regenschirm. Eine Sekunde eins. Wir brauchen mehr Regenschirme. Eins, zwei, drei. Wie soll ich die alle halten? 1,24. Ein Ticken länger. Fünf Regenschirme. Warte mal, wie lange der letzte gedauert hat. Und folgt viel mehr.